Musik Das Ikuna Naturresort in Naternbach ist ein Abenteuerspielplatz für die ganze Familie und erstreckt sich auf 200.000 Quadratmeter. Ein Naturerlebnispark für Groß und Klein. Es geht um Spiel, es geht um Spaß, es geht um Bewegung. Es geht darum, dass diese Spiele eingebettet in die Natur sind, dass es darum geht, die Kinder wieder zum Spielen zu erwecken, um die motorischen Gefühle, die motorischen Sensoriken wieder zu aktivieren. Auf über 80 Spielstationen können sich die Kinder hier so richtig austoben. Ein Paradies für jeden Abenteurer. Wir kriegen jedes Jahr Zuwachs. Gerade jetzt haben wir Aquanix eröffnet. Das ist Österreichs größter Wasserspielpark. Wir eröffnen am Wochenende eine Tugingbahn, eine spektakuläre Reifenrutsche mit Sprüngen drin. Wir haben ein XXL-Hüpftuch eingebaut dieses Jahr und vieles, vieles mehr. Wir werden auch im Herbst einen großen Indoor-Spielpark bauen, der für 150 Kinder einen Ganzjahresspielbetrieb garantiert. Ein absolutes Highlight im Naturerlebnis Park Ikuna ist die Piratenküste. Genau, die Piratenküste ist ein Highlight, das die Kinder jedes Jahr am meisten oder unter anderem am meisten anziehen. Wir erweitern das jedes Jahr. Wir erweitern es um neue Rutschen, um neue Türme, um neue Spielerlebnisse. Die Kinder tauchen ein in eine eigene Fantasiewelt und sind kaum mehr wegzubringen. Kinder, die aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Das Ikuna Naturressort, ein Erlebnispark der unbegrenzten Möglichkeiten. Unser Ziel ist, das Ikuna Naturressort zum größten und erlebnisreichsten und actionreichsten Naturerlebnispark in ganz Österreich und sogar über die Grenzen hinaus zu machen. Mehr Infos zum Ikuna Naturressort erhalten Sie auch unter ikuna.at. Untertitelung des ZDF für funk, 2017